Hallo und willkommen zu Kapitel 9 Rekursion. Im vorigen Kapitel haben Sie gelernt, wie mit Hilfe von Arrays Werte zusammenhängend und strukturiert gespeichert werden. Dadurch können Sie geordnete Listen erzeugen, welche uns bei vielen Aufgaben beim Programmieren unterstützen. Im Laufe des Kurses ist auch Ihr Code für das Pac-Man Spiel jetzt nicht nur spielbar geworden, sondern auch besser strukturiert und leserlicher. Was nun noch fehlt, ist eine künstliche Intelligenz. Momentan laufen unsere Geister willkürlich herum und es ist keine große Herausforderung, ihnen auszuweichen. Anders ist es aber, wenn die Geister Pac-Man verfolgen oder sogar umzingeln. Dann wird das Spiel richtig herausfordernd und spannend. Dafür muss der Geist allerdings vorher schon wissen, wo sein Ziel ist und wie er dieses Ziel erreicht. Unser Programm muss den Geist also durch das Labyrinth navigieren und wenn möglich nur den kürzesten Pfad nehmen. Aber nach welcher Logik können wir den kürzesten Weg zum Pac-Man finden? In diesem Kapitel wollen wir Ihnen die Grundlage für diese Suche und Navigation mitgeben. Nämlich die Rekursion. Was haben der Romanesco, eine Variante des Brokkoli, das sogenannte Sierpinski-Dreieck, Fraktale und endlose Bild-in-Bild-Kaskaden miteinander gemeinsam? Nun offensichtlich mal weder Farbe noch Vitamin-Gehalt noch Verwendungszweck. Wird der eine vorwiegend gekocht und gegessen, existiert das andere rein virtuell. Die gemeinsamen Nenner haben diese vier zunächst grundverschiedenen Objekte in ihrer Struktur, denn sie alle bestehen aus Mustern bzw. Elementen, die sich in sich wiederholen. Und genau das sind Rekursionen. Nehmen wir uns dazu einmal das Sierpinski-Dreieck als Beispiel und schauen uns diesen Sachverhalt der in sich Wiederholung näher an. Das ist das sogenannte Sierpinski-Dreieck. Das Sierpinski-Dreieck ist ein Dreieck, welches in sich selbst jeweils aus weiteren Dreiecken aufgebaut ist. Dabei folgt es folgender Vorgangsweise. Erstens, wir starten mit einem Dreieck. Zweitens, wir teilen dieses Dreieck in vier weitere Dreiecke. Drittens, die daraus resultierenden Dreiecke an den Ecken werden wieder jeweils in vier Dreiecke unterteilt. Viertens, dieser Vorgang von erstens bis drittens wird beliebig oft wiederholt. Sie sehen also, wir haben hier ein Dreieck unterteilt in vier weitere Dreiecke. Und für jedes Schwarze dieser Dreiecke haben wir das wieder wiederholt. Und wieder und wieder. Wollen wir so ein Sierpinski-Dreieck mit Processing zeichnen und dieses wiederholt unter Teilen in Dreiecke mit Hilfe von Schleifen lösen, dann kann das ziemlich mühselig werden. Denn wir müssen für alle einzelnen Dreiecke die richtigen Größen und Positionen ausrechnen, um diese korrekt zu platzieren. Wir können dies aber in der Programmierung auch anders umsetzen, nämlich als rekursive Funktion. Damit können wir so eine Aufgabenstellung in wenigen Zeilen lösen. Die rekursive Lösung für das Sierpinski-Dreieck könnte dann beispielsweise so aussehen. Um rekursive Muster und Strukturen mittels rekursiver Funktion umzusetzen, verändern wir einfach ein kleines Detail dabei, wie wir Funktionen bisher verwendet haben. Wir rufen nun im Funktionsrumpf der Funktion nicht mehr eine andere Funktion auf, sondern die Funktion selbst. Dadurch erreichen wir, dass sich das Muster in sich selbst wiederholt. Eine solche Funktion, die sich im Funktionsrumpf selbst aufruft, wird in der Programmierung eine rekursive Funktion genannt. Aber wie genau wird nun das Sierpinski-Dreieck mit einer Rekursion umgesetzt? Schauen wir uns das Programm etwas näher an. Diese Funktion hat sieben Parameter. Der erste Parameter gibt an, wie oft die Zerteilung stattfinden soll. Die restlichen sechs Parameter stehen für die x- und y-Koordinate der Dreieckpunkten des Dreiecks. Die Funktion ist rekursiv, weil sie sich hier wieder selber aufruft. Wenn wir den Code ausführen, dann wird tatsächlich auch ein Sierpinski-Dreieck gezeichnet. Aber wie kommt es dazu, dass wir durch die Ausführung des Codes dieses Bild bekommen? Was passiert hier genau? Weil rekursive Funktionen in ihrer Problemlösung wieder sich selber aufrufen, fällt es am Anfang den meisten schwer, sich darunter genau etwas vorzustellen. Gehen wir daher einen Teil der Rekursion Schritt für Schritt durch und schauen uns an, was genau innerhalb der Funktionsaufrufe Schritt für Schritt passiert. Hier sehen wir noch einmal das Programm, das das Sierpinski-Dreieck zeichnet. Dunkelgrün markiert sind jetzt die Stellen, wo wir uns im Code gerade befinden. Im Setup-Bereich setzen wir zuerst ein Sketchfenster mit den Größen 500x500 auf und zeichnen dann zuerst unser schwarzes Dreieck. Danach wird die Funktion Sierpinski aufgerufen und ausgeführt. Der Funktionsaufruf, der unten jetzt in hellgrün markiert ist, wird vom Processing gemerkt. Das ist wichtig für die Rekursion. Der Parameter LVL gibt an, wie oft wir das Dreieck noch in weitere Dreiecke unterteilen wollen. Solange LVL nicht Null ist, und das fragen wir in der IF-Bedingung ab, wollen wir das Dreieck unterteilen. Die Parameter x1, y1 bis x3, y3 sind die Eckpunkte des rot markierten Dreiecks. Anhand dieser Eckpunkte lässt sich nun das mittlere Dreieck berechnen. Sie sehen die Berechnungen x4 bis y6 weiter oben. Wenn wir nun das mittlere Dreieck in weiß zeichnen, haben wir somit unser ursprüngliches Dreieck, zumindest grafisch, in vier kleinere Dreiecke geteilt. Ein weißes und drei schwarze Dreiecke. Jetzt passiert der interessante Teil. Innerhalb der Sierpinski-Funktion rufen wir noch einmal die Sierpinski-Funktion auf. Beachten Sie, dass wir in unserer Funktion noch nicht fertig sind. Der Rest des Codes, also die weiteren zwei Funktionsaufrufe, müssen später noch ausgeführt werden. Die Funktion Sierpinski wird also aufgerufen. Auch hier wird der Funktionsaufruf gemerkt. Als Parameter übergeben wir nun die Dreieckkoordinaten des linken unteren Dreiecks. Dieses Dreieck soll jetzt einmal weniger unterteilt werden als vorher. Also LVL ist 2. Wichtig ist, dass diese Variablen nichts mit den vorigen Variablen zu tun haben. Außer, dass sie gleich heißen. Es werden hier also keine Variablen überschrieben. Wir erinnern uns, die Variablen sind nur innerhalb der Funktion sichtbar. Das bedeutet, dass wir auf die vorherigen auch gar keinen Zugriff haben. Und sie somit auch nicht überschreiben können. Da LVL nicht Null ist, können wir uns wieder das mittlere Dreieck berechnen und es weiß malen. Somit haben wir auch dieses Dreieck optisch unterteilt. Nun wird wieder für das linke untere Dreieck die Sipinski-Funktion aufgerufen. Jetzt mit LVL ist gleich 1. Und LVL ist noch immer nicht Null. Deswegen wird ein weiteres Dreieck gezeichnet. Die Funktion Sipinski wird noch einmal aufgerufen. Und zwar mit den Koordinaten des linken unteren Dreiecks. Der Parameter für LVL wurde wiederum 1 reduziert. So dass LVL nun Null ist. Und da LVL jetzt Null ist, wird der ganze IF-Block nicht mehr ausgeführt. Dieser Funktionsaufruf hat keinen weiteren Code mehr zum Ausführen und ist daher fertig. Jetzt geht Processing an die Stelle zurück, wo diese Funktion aufgerufen wurde. Deswegen ist es wichtig, dass Processing sich jeden Funktionsaufruf merkt. Am rot markierten Dreieck und LVL können Sie sich orientieren, in welchem Funktionsaufruf wir uns gerade befinden. Hier führen wir die nächste Zeile aus. In dieser Zeile wird wieder die Sipinski-Funktion aufgerufen. Diesmal aber für das obere Dreieck, wo wegen LVL ist gleich Null wieder die Funktion fertig ist. Processing geht deswegen zurück zu jener Stelle, wo die Funktion aufgerufen wurde. Es wird dann die letzte Zeile der Funktion ausgeführt. Sipinski wird aufgerufen für das rechte untere Dreieck. Wieder ist LVL Null und Processing geht also wieder zurück. Jetzt ist aber auch hier in diesem Funktionsaufruf kein weiterer Code mehr zum Ausführen. Deswegen geht Processing noch einmal in seiner Kette von gemerkten Funktionsaufrufen zurück. Wir sind also wieder zu jenem Dreieck zurückgelangt, bevor wir an das linke untere Dreieck gegangen sind. Hier wird die nächste Zeile ausgeführt und erneut die Sipinski-Funktion aufgerufen. Diesmal aber für das obere Dreieck. Da LVL 1 ist und nicht Null, kann hier wieder das mittlere weiße Dreieck ausgeschnitten werden. Danach wird wieder für jedes schwarze Teildreieck die Sipinski-Funktion aufgerufen. Dieses ständige Merken von Funktionsaufrufen und zurückgehen zur ursprünglichen Stelle erzeugt dann schrittweise das ganze Sipinski-Dreieck. Rekursionen im Allgemeinen leben davon, dass bei jedem Funktionsaufruf die entsprechende Stelle auch gespeichert wird, damit Processing nach der Ausführung der Funktion wieder dorthin zurückkehren kann. Da dieses ständige Hin und Her im Code recht schwer zu verfolgen ist, werden wir uns nicht unbedingt jeden Funktionsaufruf so gut merken können, wollen wir uns das Ganze noch einmal anhand von einem Diagramm ansehen. Da Sie jetzt auch schon etwas vertrauter sind, wie der Code aufgebaut wurde, wollen wir uns die ganze Rekursion nun anhand der Aufrufe noch einmal ansehen. Wir starten also im Setup, wo das erste schwarze Dreieck gezeichnet wird. Von Setup aus wird die Funktion Sipinski aufgerufen. Der rote Pfeil soll andeuten, dass hier ein Aufruf stattfindet und Setup mit seinem restlichen Code pausiert, während die Funktion Sipinski ausgeführt wird. In der Funktion Sipinski wird das schwarze Dreieck in vier Dreiecke unterteilt. Dann wird die Funktion Sipinski noch einmal aufgerufen. Diesmal mit den Koordinaten vom linken unteren Dreieck. LVL wird um 1 verringert und da LVL nicht 0 ist, wird das Dreieck wieder in vier Dreiecke zerteilt. Dieser Vorgang wird für das linke untere Dreieck mit LVL ist gleich 1 wiederholt, indem wieder die Sipinski-Funktion aufgerufen wird. Bei dem erneuten Aufruf für das linke untere Dreieck wird LVL wieder um 1 verringert. Jetzt ist aber LVL 0. Deswegen wird hier das Dreieck nicht mehr unterteilt und kein weiterer Code wird ausgeführt. Damit ist die Funktion beendet. Processing geht also zurück zu jener Stelle, von was Sipinski mit LVL ist gleich 0 aufgerufen wurde. Wofür das obere Dreieck wieder Sipinski aufgerufen wird? LVL ist hier wieder 0 und Processing geht wieder zurück. Gleiches gilt für das rechte untere Dreieck und nachdem nun für das rot markierte Dreieck alle Teildreiecke durchgegangen sind, ist auch die markierte Funktion fertig. Und Processing geht noch einen Schritt weiter zurück. Sie sehen jetzt, dass wir wieder in jenem Funktionsaufruf sind, wo das etwas größere Dreieck betrachtet wird. Jetzt wird Sipinski für das obere Dreieck aufgerufen, wo das Dreieck wieder unterteilt wird. Für jedes entstandene schwarze Dreieck wird untersucht, ob es unterteilt werden kann. Zuerst für das linke untere, dann das obere und dann das rechte untere Dreieck. Nachdem auch dieses rot markierte Dreieck fertig ist, geht Processing wieder einen Schritt zurück und wiederholt das für das rechte untere Dreieck. Wir haben den Funktionszweig hier mit drei Punkten dargestellt. Die Struktur sieht aber genauso aus wie bei den oberen zwei Zweigen. Nachdem auch das abgearbeitet wurde, gehen wir nun noch einen weiteren Schritt zurück, nämlich zum ursprünglichen großen Dreieck. Das ganze Prozedere wird für das obere Dreieck wiederholt. Zuerst das linke Dreieck, wo jedes Teildreieck untersucht wird, dann das obere und dann das untere Dreieck. Bis wir wieder zurück sind zum großen Dreieck. Und das ganze dann auch noch für das rechte untere Dreieck. Danach ist das Sipinski-Dreieck endlich fertig und der restliche Code-in-Setup kann ausgeführt werden. Das ist das Sipinski-Dreieck. Das Sipinski-Dreieck. Vielen Dank.